willkommen zurück bei green tech live wir reden wie gesagt über den neuen heißen scheiß in der green tech branche balkon kraftwerke klingt einfach ist aber kompliziert und hat wahnsinnig viel potenzial davon erfahren wir mehr von kai privat aus leipzig kannst du uns hören wunderbar ja schönen guten tag ich kann euch super hören hallo berti ist auch da unser experte hallo lieber kai wir haben uns im vorgespräch ja auch schon sehr gut verstanden und ich fand sehr sehr interessant und sehr erfrischend auch dass einer mal sagt ja es ist irgendwie alles sehr herausfordernd und crazy grad aber es läuft nicht immer alles ganz ganz rund und wie auch immer ihr habt skaliert wenn ich es richtig in erinnerung habe von drei mitarbeitern vor drei jahren gefühlt auf 70 inzwischen und es muss ein wilder ritt gewesen sein die letzten drei jahre und aktuell jeden tag rauscht eine neue meldung über förderprogramme für balkon kraftwerke solar etc ich hoffe du kannst uns technologisch ein bisschen abholen und auch ein bisschen wegen mir in diesen förderdschungel und in diesen sag ich mal regulatorischen wir war irgendwo so ein bisschen einen eintauchen lassen lieber kai deine bühne du hast eine kleine brise dabei ich habe der brise dabei genau kurz teilen und dann können wir auch loslegen sehr gerne kai teurer deine bühne danke danke also hallo an alle zuhörenden hier in dem in dem stream und erst mal ein ganz ganz großes dankeschön an das team vom green tag wir freuen uns wirklich sehr dass wir von euch angesprochen wurden dass ihr uns eingeladen habt hier so ein bisschen unsere mission zu teilen ein bisschen so die skalierung den weg den wir aufgenommen haben zu teilen und das finden wir ganz ganz toll und bevor ich starte möchte ich auf alle fälle erst mal dem team der priva danken weil ich habe in den letzten jahren so viele möglichkeiten gehabt über die mission zu reden über das produkt zu reden uns herauszustellen das wäre nie möglich gewesen wenn ich alle so für das thema energiewende für alle brennen würden und das ist ein ganz ganz tolles gefühl für mich ein tolles ereignis uns alle hier vertreten zu dürfen und wie gesagt knapp 70 leute jetzt mittlerweile stark skaliert und ich bin nur einer von ganz ganz vielen die im herzen tragen ich hoffe dass meine keynote heute auch ein kleiner impuls wird für alle gründer innen die das thema so ein bisschen clean text data in sich tragen und sagen menschen soll ich das machen oder nicht also ich kann nur sagen es wird hart es wird schwierig aber noch nie war die zeit so gut und so optimal um einfach mal mit einer tollen nachhaltigen idee raus zu gehen und ich glaube dass dieses green tech festival für uns alle wichtig ist um auch mal einen spot zu kriegen wo gibt es denn so viele nachhaltige themen ja die uns quasi alle irgendwo verbinden weil wenn man mit dem blick nach draußen wirft durchs fenster haben wir am ende september heute in leipzig da 26 grad das ist ein teil des problems und das müssen wir alle gemeinsam angehen energiewende für alle ja das ist unsere große mission die die tragen wir unwahrscheinlich im herzen und das stimmt uns als team unwahrscheinlich ein woher kommt denn das ganze wenn man so ein bisschen zurückschaut also die brief hat ist im august 2020 gegründet worden also mitten in der corona pandemie mitten im lockdown dann war die energie oder nachhaltige energien insbesondere die pv sehr privilegiert also man braucht ein mittleres einkommen man braucht ein eigenheim eigenes dach und das war einfach kein zugang den es für für alle menschen in unserer bevölkerung ermöglicht hat und der lukas mitgründer mitgeschäftsführer der der private kam mit dieser idee mensch wir können noch diese balkon module weiterentwickeln und das einfach als möglichkeit anbieten weil das wir sind nicht die affine des produktes balkon modul ja oder balkon pv wie man so kennt aber wir haben es aus dieser technologischen ecke rausgeholt wir haben eine ganz tolle customer journey aufgebaut und haben das produkt einfach gezeigt wie einfach das geht und ja wie gut wie gut man damit arbeiten kann wie das ganze funktioniert und es war ein wilder ritt ich habe es ja schon gesagt august 2020 gegründet dann gingen wir sofort los in der produktentwicklung wir wussten gerade mal so eher privat dann ging es darum wie digitalisiert bei den anmelde service bei den netzbetreibern bei kommen muss natürlich angemeldet werden wie kriegen wir das digital auch hin beim marktstammbraten register auch das war eine herausforderung die wir gelöst haben uns so ging es halt dass wir mit unserem ersten webshop 2021 quasi ready waren und die ersten produkte so im februar 2021 werden die ersten produkte relativ schnell verkaufen konnten und gemerkt haben mensch das ist ein gutes thema das funktioniert aber wir müssen noch so ein bisschen an der customer journey arbeiten wir müssen dann noch mal ganz ganz viel optimieren und wie so etwas aussieht das will ich kurz mal kurz mal erklären also steckerfähige solaranlagen besteht eigentlich aus ein bis zwei modulen der also quasi für die balkonhalterung wir beschäftigen uns auch mit weitaus größeren anlagen in dessen mikrowechselrichter der quasi dafür sorgt dass der strom dann quasi umgewandelt wird und dann über die hauseigene steckdose die außen an der terrasse ist oder am carport oder wo auch immer wo man sie aufstellen will quasi angeschlossen wird und das ganze strom der ganze strom einspeist und der sprung der gerade in dem moment produziert wird der grüne strom der wird natürlich auch von allen verbrauchern die im haushalt in dem moment an sind und die grundlast ist schon gar nicht mal so schlechter das sind ja schon mal so 180 watt bis 250 weit nicht mal so ein eigenheim hat je iot lastiger so ein haushalt auch ist desto mehr ist die grundlast das muss man auch sagen die digitalisierung haushalt sorgt dafür könnte ganzen bridges und auf der ganzen im funk verbindung dass wir eine höhere grundlast haben und somit ermöglicht man das ganze so zehn bis fünfzehn prozent des eigenen stroms ja quasi quasi selber zu produzieren und selber direkt einzuspeisen und wie das so aussehen könnte mich jemand mitgebracht haben module oder modul erhalterung konstellationen für den balkon für verschiedene dacharten und natürlich aber auch für die aufstellung im garten auf flacher ebene auf flachdächern und so weiter und so so sind wir quasi gestartet so so ging das ganze ganze bei uns dann los so und dann hat man 21 wie gesagt den shop gab wir waren so draußen wir konnten dann auch das produkt sehr gut erklären gute nachfrage gehabt hatten auch das mediale interesse gehabt was ja auch sehr spannend war dass wir plötzlich gemerkt haben mensch da interessieren sich ganz ganz viele leute für das thema balkonkraft und dann fing es los mit den mit den energiepreiserhöhungen die wir im november 21 gesehen haben wir sehen den den gipfel der energiepreise im januar februar 22 wir sehen putins angriffskrieg auf die ukraine am 24 februar 22 sorgte dafür dass dieses thema wir haben es aus der option gemacht aus der motivation energiewende für alle bei strompreisen die heute utopisch sind gestartet habe es dieses thema plötzlich sehr an den vordergrund rückte und dass sich viele damit beschäftigt haben wie kann ich dann irgendwo für mich so eine eigene preisbremse das thema pv für mich beschleunigen ohne dass ich jetzt eine große anlage installiere und das war für 22 ein ganz ganz großes wichtiges jahr für die privat so ein jahr der skalierung ja ich sage immer des gummibandes an beiden ecken hat es gezogen und wir wurden strapaziert um mal ganz kurz zu zeigen was so die wichtigsten meilensteine waren von der gründung bis jetzt ist also bei uns der der das wachstum von drei auf jetzt über 68 mitarbeitenden das ist ein ganz spannender prozess weil wir natürlich mitarbeitende brauchen die unsere missionen teilen die natürlich aber auch uns helfen ich bin ja ursprünglich komme ich aus dem agentur business her da bin ich es gewohnt dass mit 44 der älteste bin bei der privat freut mich das unwahrscheinlich dass noch ganz viele positionen sind die über mir sind die sagen mensch kai einkauf professioneller einkauf den baue ich dir auf das kann ich oder professionelle head of strukturen oder logistik strukturen das hatte ich schon aus den vorherigen arbeitgebern mitgenommen das bringen wir in der privat ein und sammeln sind wir ein sehr diverses team mit unterschiedlichen talenten mit unterschiedlichem alter und das finde ich wirklich stark und das hilft uns natürlich da auch diese erfahrungen in ein so junges startup rein zu bekommen und und uns weiterzuentwickeln wir sind jetzt ungefähr über 50.000 kundinnen ja die alle ein balkon kraftwerk haben die das alle probiert haben getestet haben wurde es für gut empfunden haben uns auch weiterempfehlen wir sind als keine startup gestartet mussten uns plötzlich aber auch so ein bisschen den logistischen herausforderungen stellen was jetzt ungefähr auf 6.000 grad logistikfläche die digitale logistik wir mussten in den produktinnovationen weiterdenken ich komme da gleich noch mal darauf ein in der politik gab es auch immer noch mal so hinweise die hier wäre zu nennen wirklich die erhöhung der einspeisegrenze von 600 watt vielleicht muss man das noch mal erwähnen man darf mit dem balkon kraftwerk 600 watt wechselrichter leistung einspeisen und das steckerfähig lassen und in der politik gab es die gespräche diese einspeisegrenze auf 800 watt zu erhöhen und so war es für uns wichtig dass wir dieses jahr auch den europa sehr update fähigen wechselrichter launchen könnten der genau diese problematik auflöst wenn es erlaubt wird dass wir hier quasi auf die 800 watt kommen können finanzierung banken kreis für uns als startup ein ganz besonderes momentum weil als startup was ja ganz viel warenfinanzierung benötigt ja es kommen ja regelmäßig containerweise module zu uns und wechselrichter die werden wirklich auch logistisch verpacken müssen und auch ein sekundin senden müssen das ist natürlich extrem schwierig das ganze fort zu finanzieren und als startup könnt ihr euch ja sicherlich vorstellen ist das noch viel viel schwieriger also ich sag mal so der testierte jahresabschluss vom wirtschaftsprüfer war noch nicht da der dritte jahresabschluss oder die dritte unternehmenshistorie im jahr war noch nicht da und auch diese herausforderung haben wir im letzten jahr sehr gut gemeistert und haben wirklich auch tolle bankpartner gefunden die diese mission einfach mittragen deswegen meinte ich auch im eingang es ist momentan sehr gutes momentum mit so einer geschichte rauszugehen was uns sehr freut damit sind wir an dieser woche rausgegangen ist die beteiligung unserer nette das heißt unsere wechselrichter werden quasi intelligent ja wir können jetzt quasi auch wissen wie viel strom wird eingepreist eingespeist aber viel wichtiger wir erkennen auch das ist das co2-equivalent das ist aber ich auch noch mal für gewisse kauferschichten oder für gewisse interessenten und vier launch next things wir wollen natürlich nicht stehen bleiben wir entwickeln uns wirklich weiter und haben noch ganz ganz viel im petto und da wird dieses jahr noch einiges kommen aber insbesondere auch im nächsten jahr einiges kommen balkonkraft ja bitte ich habe es schon angesprochen politisch ist das ja wirklich ein thema gewesen wo man gemerkt dass die politik generell das thema erneuerbaren wahnsinnig unterstützt ich habe immer aus spaß gesagt unser eigentlicher head of marketing ist robert habeck und das land der kunst und so war das auch ja wir hatten ende des jahres 22 habe ich ja schon die so die diskussion schuko stecker wlan stecker also es gab ja in zwei und dieses normierungsthema was ist denn ein einspeisesystem ist es die ist es der schuko stecker mit der steckdose wie man es kennt oder ist es ein besonderes berührungs unempfindliches system wieder wieder system da gab es eine klare positionierung pro schuko es gab die reduktion der umsatzsteuer von 19 prozent auf null für diese solarprodukte es gab die angedachte erhöhung der einspeisegrenze was ich gesagt habe bis dato konnten wechselrichter oder auch bis heute dürfen wechselrichter bis 600 watt einspeisen geplant ist es wirklich auf den ich sag's anführungsstrichen den europäischen standard zu erhöhen um da einfach noch mal mehr die effizienz aus diesen modulen zu nehmen die anmeldung beim netzbetreiber fällt weg wir haben jetzt nur noch die registrierung im marktstabler register und wenn man deutschland sich die netzbetreiber struktur anschaut ist das auch ein wichtiger punkt wir haben ja über 900 netzbetreiber über 750 verschiedene formulare wenn wir wie die privat einfach sagen auch wir begleiten unsere kundinnen auf diesem weg unterstützen bei der anmeldung netzbetreiber registrieren marktstabler register dann ist das auch eine tolle hürde die hier genommen wird eine vereinfachung um einfach mehr produkte in den markt zu kommen und vor allem allen das produkt anzubieten und da möglichkeiten zu schaffen energysharing wird ermöglicht also wenn ich energie produziere dass das im nachbarhaus auch teilen kann und das bundeskabinett vor wenigen wochen macht den weg quasi auch frei sage ich mal das recht für mieter innen auf dem balkonkraftwerk zu haben weil das muss man auch dazu sagen das thema balkonkraft findet noch nicht im mietermarkt so präsent statt wie man sich das vielleicht von außen vorstellen und wünschen würde und steckerfähige solaranlagen das ist ja bei uns auch der der weg wir wollen uns ja auch weiterentwickeln wir haben schon trio quadro anlagen oder drei module vier module die steckerfähig bleiben und steckerfähige solaranlagen sind total wichtig weil wenn man sich den solarausbau der bundesregierung 2030 anschaut und die tollen fortschritte die wir jetzt schon im ersten in den ersten ja acht neun monate erreicht haben mit neuen gigawatt ausbau dann kommt man doch zu dem schluss dass bis 2030 eine lücke entsteht von ungefähr 45 bis 60 gigawatt und die resultiert da daraus dass die baby boomer aus den installationsbetrieben aus den salz brechen die nächsten drei bis fünf jahre aussteigen werden also den arbeitsmarkt verlassen und jetzt können wir mal in die runde fragen wer kennt den an elektriker der kennt dann irgendwie ein junger ein mädel die den beruf erlernt gerade also das ist das große problem das heißt wir brauchen steckerfähige solar lösung die kundinnen selber installieren können und wenn sie wenn die anlagen größer werden und dann nicht mehr steckerfähig bleiben dann muss es zumindest auch ein easy plug and play für die installateure geben ja das ist auch eine elektromeister elektromeisterin quasi das auch in wenigen wenigen uns antreibt und er so als unternehmen weiter weiter motiviert hier auch weiter in der produktentwicklung voranzugehen wir haben eine statistik aufgestellt und zwar im juni 2022 bis juni 23 haben wir einfach mal unsere kundendaten ausgewertet haben mal geschaut was sind denn hier die bundesländer die am meisten steckerfähige solaranlagen pro 100.000 einwohner installiert haben und haben diese statistik hier entwickelt und man stellt halt schon fest dass wie ich gesagt habe dass balkonkraftwerke deutschlandweites thema sind also steckerfähige solaranlagen ist jetzt nichts wo man sagt das ist nur in besonderen besonderen regionen vertreten das ist wirklich deutschlandweit das merken die halt auch starke treiber sind weiterhin die eigenheime wie schon gesprochen habt da ist es einfach am einfachsten die die hürden sind einfach viel geringer die erlaubnis des vermieters steht da einfach ausbau benötigt man nicht und so sind wir viel schneller in den ersten anfangsjahren da auch eine installation gewesen und das muss man aber auch sagen wohnungsgesellschaften öffnen gerade auch den weg für mieter invest das was wir dieses jahr extrem merken da hilft natürlich auch ein bundeskabinett das sagt ein recht auf ein balkonkraftwerk das könnte kommen dass wohnungsgesellschaften sagen das wollen wir gerne einheitlich haben und das wollen wir gerne bei uns auch noch mal ein bisschen genauer planen aber wir sehen diesen mietermarkt etwas verzögert etwas später aber er wird kommen man sieht es halt gerade auch in so in den bundesländern berlin hamburg cremen ja zu stadtstaaten da ist da ist natürlich die eigenheimdichte nicht so groß wie es natürlich in anderen regionen ist und deswegen sind da die ergebnisse unterschiedlich aber für uns mal eine tolle eine tolle statistik wie das ganze thema so verteilt ist also balkonkraftwerk ist nichts was irgendwo auf einer region ist oder da wo besondere förderungen sind sondern es wirklich deutschlandweit zu sehen ja energiewende für alle 2 0 so das ist jetzt so ein bisschen das was uns umtreibt als prior nachdem wir 22 sehr gut gemanagt haben jetzt auch in 23 ganz viel struktur in unserem skalierungs waren reingelegt haben wie könnte es denn weitergehen wir sehen einfach wir haben eine mission bei der energiewende 2 0 wir glauben dass die energieversorger der zukunft dezentral ist und wir glauben dass die energieversorgung in der zukunft in der hände der privatperson liegen wird das heißt wir interessieren uns und forschen und entwickeln an themen die energie ströme messen regeln steuern wir glauben an sektoren kopplung ja wir glauben dass die pv anlage mit dem speicher mit einer wärmepumpe mit einer wallbox kommunizieren muss und genau diesen energieausgleich zu machen genau dieses management zu machen um einfach auch noch mal produkte die teilhabe an erneuerbaren energien ermöglichen auch für alle und noch für weitere schichten zu ja zu öffnen das ist das ist unser thema wo es da bei der privat noch mal weitergeht man gibt es aber trotzdem noch ganz ganz starken treiber der sich auf das ganze nachhaltigkeitsthema auswirkt und da kriegen wir auch als privat unwahrscheinlich viel impulse mit und das ist esg und wie ich immer sage das schreck ist der schreck gespenst der banken und der großen corporates ja weil es natürlich ein ganz neues thema ist wo man natürlich jetzt auch gucken muss wie geht es denn da wie geht es denn da weiter und wie macht man das überhaupt und wie regelt man das überhaupt und da sind wir sehr froh dass wir in unserem bankkreis da auch viele viele ansprechpartner haben und viele impulse einfach auch rein bekommen und wir finden diesen schritt wichtig weil große corporates müssen einfach auch richtig agieren und große corporates werden in den nächsten jahren an ihrer nachhaltigkeit gemessen ich erinnere ihn nur an apple und diesen mother nature spot der jetzt vor wenigen tagen kam und das ist nur der anfang hier geht es um transparente lieferketten hier geht es um gleichbehandlung der mitarbeitenden hier geht es aber auch um net zero und den eigenen co2 footprint den firmen ja selber selber entwickeln und den firmen dann einfach auch bedeutung schenken müssen und das ist eine ganz ganz klar merken wir sehen die banken hier sehr in der vorreiterrolle ich sag jetzt ja bestimmte kredite die an bestimmte renovierung geknüpft sind die in der wahrung in jahren energiekosten beinhaltet die können gefördert werden oder die können auch ein ganz ganz großes thema was wir noch merken ist dass die neutrale home office das hat mich noch gar nicht so immer so richtig auf dem schirm weil ich muss immer so ein bisschen schmunzeln so nach drei jahren korona haben doch alle unternehmen das gleiche das gleiche thema bei ihren mitarbeitern und zwar das zurecht wer zahlt das internet und wer zahlt zu hause den strom so und dafür gibt es keine lösung die man die man hat und die auch noch nicht ist die konform ist und ich muss immer schmunzeln da dieser groß corporate auf linkedin wo auch immer auch wieder sagen bis 2030 sind wir auf allen produktionsebenen co2 neutral das ist richtig und wichtig und das sollte man wirklich auch unterstützen aber ich denke dann immer so lieber tim von der telekom wie geht es denn aus bei den über 40.000 mitarbeitenden im home office im flex office wie wollt ihr das hinbekommen und da gibt es halt auch eine lösung und das ist balkon kraftwerk und das balkon solar wir sind der meinung dass co2 neutral home office sollte überall dabei sein und das ist das wofür wir angetreten sind wir haben eine klare vision wir sind gestartet mit den balkon kraftwerken wir haben das produkt aus der technischen ecke geholt wir haben das produkt gezeigt was es kann ein bisschen eine tolle custom journey gepackt aber unsere vision ist steckerfähige solaranlagen mit weiter dafür zu kämpfen zu sorgen dass der energieausbau der photovoltaik in deutschland voranbringt und dass das thema do it yourself plug and play immer weiter in ja in die gesellschaft eintrifft oder viele nachahmer gibt es gibt ja viele produkte die sicherlich ähnlich funktionieren können und das würde uns wirklich freuen dass wir gemeinsam diesen nachhaltigen weg den deutschland und auch die ganze welt bevorsteht auch gemeinsam gehen können das war es an meiner stelle an dieser stelle von meiner seite ich sage vielen lieben dank für eure aufmerksamkeit vielen lieben dank noch mal für die einladung und wir freuen uns wirklich sehr hier dabei zu sein und ich freue mich jetzt auf weitere fragen ganz ganz herzlichen dank lieber lieber kai sehr erfrischender typ sehr ambitioniertes unternehmen wie gesagt schnell gewachsen von drei auf 70 mitarbeiter muss man etwas schaffen also noch mal energie wende für alle ist euer ist euer motto die große frage ist wegen mir die wir diskutieren wollen mit betty mit jonas auch nachher wegen mehr im plenum noch mit verschiedenen anderen kollegen ist der hebel groß genug und ich sage mal das wäre die erste frage die zweite frage wäre so ein bisschen zu erörtern wie reagieren denn auch die großen energieversorg auf euch also mit den großen energieversorgern das kann man vielleicht eine kleine eikdote noch sagen wurden also den shop gelauncht haben im februar 21 wurden wir von der enbw eingeladen zur enbw innovation challenge und wir dachten so mensch was wollen wir denn da wir haben doch jetzt schon einen shop das ist doch gar nicht so ein start-up thema damit einfach gedanklich so ein bisschen weiter gesehen aber wir haben das natürlich gerne genutzt weil einfach auf einer c-level ebene auch mal die vision das produkt zu challengen auszutauschen das war uns sehr wichtig haben die enbw innovation challenge gewonnen was uns dann auch sehr gefreut hat aber auch gezeigt hat da gibt es ein großes thema da gibt es große anknüpfungspunkte die man auch bei den großen energieversorgern hat man sieht ja auch viele kampagnen also muss ja nur yellow sehen mit ihrer marketing kampagne die sind noch mal gestartet wurde ja wie das thema pv quasi gepusht wird ich glaube dass die großen versorger versuchen über über partnerschaften über kooperationen das thema weiter zu bringen wurde auch über eigenlösungen hier den weg zu gehen also wir sehen da wir sind da eigentlich gar nicht mehr so die die hemmnisse auch bei den netzbetreibern 2020 anmeldeservice wir wollen bei komodule anmelden war ein riesenthema 2022 war es halt nicht mehr so groß also das ganze muss ja auch ein bisschen in so einen education modus reinkommen sprich die mitarbeitern über netzbetreiber müssen wissen das funktioniert das ist erlaubt das dürfen die und so langsam bricht dieses thema auf und wie ich es immer so schön gesagt habe 2020 sagte mein spiegervater junge ist das wirklich das richtige was ihr davor habt ja halbe tisch denn es klappen zu versenden und irgendwie den leuten zu sagen balkonkraftwerk ist super heute ist er der große missionar in der kleingartensparte also es wandelt sich alles was das bild anbetrifft sehr sehr spannend diese etwas locken mit energiewende 2.0 energiewende für alle finde ich bin ich total spannend wir hatten jetzt gerade diese wochen eine große viele hundert millionen förderung für für fotovoltaik die quasi in stunden komplett leer war hat sich aber eher eben an leute gerichtet die eben schon ein eigenheim hat inwiefern was wünschst du auch von der politik wo wo siehst du da noch potenzial um eben wirklich nicht nur leute die schon ein haus besitzen zu erreichen sondern wirklich eben alle einfacher werden in dem mieter in bereich so wie es gesagt habt die die möglichkeiten balkon kraftwerk zu installieren das heißt müssen ja klare regelungen haben was welche anforderungen stellt man an das balkon kraft und darf miete dürfen mieter innen quasi grafik wird das generell verboten unter welchen auflagen wird das ganze geknüpft und das ist ja das große hemmnis einfach jetzt in den ersten anfangs jahren gewesen eigenheim besitzer von einfach viel viel schneller und das produkt kauft gekauft konnten es aufstellen und mieter in mussten einfach noch den vermieter erlaubnis fragen sind aber auch häufig sehr eingeschränkt in der in der fläche ist ja nicht immer so dass sie dann fünf meter balkon hat also nur sind so 1 75 wenn du anlagen möchte anlage möchte braucht man zwei zwei größere module also da gibt es starke einschränkungen aber ich glaube die politik sollte hier den weg auch frei machen dass es hier oder voraussetzung möglich wird wird mieter innen selbstständig ja das das thema in die hand zu geben und auch selber umzurüsten auf balkon solar berti du hast garantiert war spannend ich finde das thema super spannend denn ich bin selbst von diesen händlisten betroffen mein schermieter hat mir verboten einen kraftwerk zu installieren ganz liebe grüße gehen raus in von russia in bochum wie ist deine prognose dann wird es so weit sein dass diese hemmnisse aus abgebaut sind ja also ich tue mich da immer schwer also politische sachen zu zu prognostizieren aber eins muss man wirklich sagen dass was in den letzten sechs bis zwölf monaten politisch passiert ist also ich auch gezielt habe unterteuerreduktion das thema schokostecker wir nehmen uns das an wie positionieren sich die die netzbetreiber auch zum thema balkonsolar stecker fähiges warenlagen kann ich mir schon vorstellen dass das ein zügiges thema sein muss und wir brauchen hier auch wirklich positive positive erlebnisse und ergebnisse nachdem seit irgendwo vor 15 jahren die ganze komplette pv wirtschaft in deutschland abgesägt wurde und ich kann mir schon vorstellen dass es schneller gehen wird als es uns vielleicht jetzt vorstellt also ich sage mal so knapp von sechs monaten könnte ich mir vorstellen das bundeskabinett hat ja schon eine kleine tendenz gegeben also daumen drücken und weiter zu den entscheidungsträgern halten was wir natürlich auch versuchen immer wieder auch das thema auf die agenda zu bringen dann würde ich gerne zu einem technischen aspekt kommen nämlich zum thema smart home wie smart seite schon oder wollt ihr werden also inwiefern kann man euch schon einbinden und kann die last verteilen über software von von den großen herstellern wie samsung apple google amazon oder andere löser ja also momentan sind wir also können wir über über apps sei es über unseren neuen solar native wechselrichter auch im serien wechselrichter über die apps des herstellers quasi unsere verbräuche unsere einspeisungen sehen bei solar native haben wir ein bisschen mehr möglichkeiten da können wir natürlich auch das ganze co2 verbrauch die einspeisung datengeschützt an server senden also das ist gerade für corporates co2 noch als home ist ein extrem wichtiges thema und genau das meinte ich mit energiewende 2.0 messen regeln verstehen steuern das ist das wo wir mit einem großen team dran sind zu sagen da wollen wir hin ja wir wollen wir wollen möglichkeiten schaffen dass wenn günstiger windstrom aus hamburg frühmorgens um drei in die in die in die speichereien wird dass man die einspeisen kann und dann wenn die energie gebraucht wird dann dementsprechend auch wieder raus gibt das sind die themen wo wir uns beschäftigen euch nur noch ein bisschen wir könnten noch noch stundenlang weiter reden auch deiner erfrischenden art geschuldet wir haben leider keine zeit mehr ich würde kurz dem deckel noch mal zu machen was ich so als key findings irgendwie mit rausnehmen so wie das neudeutsch heißt also balkon kraftwerk ja bitte diesen kleber würde ich sehr sehr gerne haben ja wahrscheinlich da draußen auch noch alle möglichen leute werdet euch alle bei uns also wir wollen die botschaft gerne rausbringen ja ja also ja das stimmt dann schon der zweite ja ja genau also gerne auch privat private e sich melden wir versenden die sehr 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 schön dann haben wir wegen mir habe ich verstanden die steckfähigkeit ja steckfähigkeit schuko ist irgendwo eine super reaktion auf den fachgreif dem mangel den wir im installateurs geschäften sondern das finde ich auch wirklich super eine super anmerkung wegen mir co2 neutrales home office über bald kronkraftwerke wir alle wissen wegen mir home office ist angesagt auch bei uns in der firma ist es sehr sehr populär sage ich mal nicht immer irgendwie im dienste unbedingt der das gemeinschafts muss aber ist ein thema sektoren kopplung reden wir nicht mehr drüber aber wichtig war noch co3 ist esg schrecken für banken et cetera dazu machen wir einen schwerpunkt green finance und das aller aller wichtigste lieber kai ist ihr habt auch den segen des papstes wenn ich dieses bild richtig interpretiert habe weil er hat auch ein balkon kraftwerk bin ich da richtig die kai macht es möglich aber wir können das heute mal so stehen lassen für das zeichen kai ganz ganz herzlichen dank nach leipzig war toll dass du dabei warst bei uns geht es in drei minuten weiter mit berti du bleibst dabei jonas nicht mal eine kurze pause ich brauche die einfach wer hat die macht pause du dass wir die erholen von den vielen von den vielen inputs bei uns geht es weiter hier mit einem kollege aus baden-württemberg green tech bw lebt johannes full von fraunhofer ipa wir reden unter anderem über wasserstoff bis gleich drei minuten umbau pause jonas wir machen es gleich zurück bis zum nächsten Mal